Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche. Eine Bücherwoche, die nicht nur von den Büchern ein bisschen Paris-lastig war, ein bisschen abenteuerlich war, leider auch ein bisschen den Flop dabei hatte, aber dafür jetzt auch eine Neuerscheinung, die es seit gestern gibt, die ich euch vorstellen möchte. Nein, nicht nur buchtechnisch habe ich was zu erzählen, sondern auch serientechnisch. Denn ich habe eine Serie entdeckt, per Zufall, die ich großartig fand, bei der ich so viel gelacht habe, wie schon selten nicht mehr und mich frage, warum mir noch nie jemand was von dieser Serie erzählt hat, beziehungsweise warum diese Serie irgendwie keiner kennt. Aber ja, eins nach dem anderen. Ich möchte aber mit einer kleinen Ankündigung beginnen, denn am 9. November gibt es endlich mal wieder ein bayerisches Booktuber-Treffen. Und ganz viele, ich sage jetzt mal, bayerische Booktuber werden dabei sein. Und natürlich seid ihr als Booktuber-Zuschauer, ja, Mitleser, als Bücherfreund herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Und zwar wird das am 9. November sein und wir werden diesmal in Würzburg unterwegs sein. Ich war selbst in meinem Leben gleich bisher nur zweimal in Würzburg, habe es immer als superschöne Stadt empfunden und bin sehr gespannt auf die Buchläden, auf was wir da so ein bisschen entdecken, was wir uns anschauen. Und ich freue mich sehr, dass es endlich mal wieder ein bayerisches Booktuber-Treffen geben wird. Ich glaube, der Treffpunkt ist um 10 Uhr am Hauptbahnhof und es stand in der Gruppe eben drin, dass der Hauptbahnhof relativ klein ist und man sich gar nicht, ja, irgendwie, ja nicht finden könnte. Also wer am 9. November, es ist ein Samstag, noch nichts vorhat, herzlich willkommen beim bayerischen Booktuber-Treffen. Ich würde mich sehr freuen, ein paar Leute von euch dann auch zu sehen, wieder zu sehen, neu zu treffen. Und ich nehme mir fest vor, ein bisschen zu vloggen, was ich ja zum Beispiel in Münster nicht gemacht habe. Aber ich möchte tatsächlich ja so ein bisschen, ja auch Eindrücke aus Münster mitnehmen und das geht natürlich am besten über die Cam. Ja, so viel dazu. Ich schreibe den Termin nochmal unten in die Infobox. Schaut da gerne rein. Das ist ja jetzt auch gar nicht mehr so lange dahin. Ich glaube, theoretisch noch drei Wochen. Und ich dachte, es passt jetzt einfach mal, um das hier mit anzusprechen. Zu den Büchern dieser Woche. Wir beginnen mit einem Buch, das ich in der Vorwoche gelesen habe, euch in der letzten Bücherwoche schon dazu was erzählt habe, diesmal aber auch die Rezension sozusagen, ja, da lassen kann, euch ein bisschen Lust auf das Buch machen kann, denn es ist gestern am Samstag, nein, am Freitag natürlich erschienen. Und zwar das neue Buch von Jackie Felgold, Dance with Me, der zweite Teil ihrer Serie rund um New York. Und das Buch ist halt gestern erhältlich. Dann habe ich gelesen mit 80 Viechern um die Welt von Markus Huth, einen, ja, Tierzitter, der, ja, ein bisschen auf Abenteuerreise ist. Dann ein, ja, leider abgebrochenes Hörbuch von Julie Kaplan, die kleine Patisserie in Paris, der dritte Teil der Reihe. Und leider, ja, war es nix. Dafür ganz anders. Paris ist immer eine gute Idee von Nicolas Barrault. Ich denke mal, man spricht ihn so aus. Ein Buch, das ich zusammen mit der lieben Sarah Sophie gelesen habe. Und, ja, wie es mir gefallen hat, das seht ihr jetzt. Und dann habe ich gelesen, das neue Buch von Laini Taylor, Strange the Dreamer. Oder? Ich glaube so, ne? Ja. Ja, der erste Teil ist jetzt erschienen. Das ist die neue Buchreihe von Laini Taylor. Und, ja, die habe ich, ja, dann auch noch am Sonntag bei schönstem Wetter beendet. Ja, das Wetter war am Wochenende ja wirklich Bombe. Vorher war es ziemlich, ziemlich kalt, ziemlich dunkel. Mir hat das Wochenende sehr geholfen, dass die Sonne, die Wärme, es, ja, ich merke einfach, ich bin kein Dunkelheitsmensch. Und sowohl der Körper wie die Seele leiden da schon ein bisschen drunter. Aber wir wollen ja nicht jammern übers Wetter. Umso mehr hat mich das Wochenende gefreut, an dem es richtig schön sonnig war. Wir starten mit dem ersten Buch der Woche. Beziehungsweise ist es ja ein Buch der Vorwoche, was ich da testgelesen habe. Und jetzt ist das Buch aber erschienen und ich kann euch davon ein bisschen ausführlicher berichten. Es geht um Dance With Me von der lieben Jackie Fellgut. Ich habe es Anfang Oktober testgelesen in der Wochenend, in der Feiertagswoche. Und hatte es euch in der letzten Woche auch schon angeteasert. Und seit Freitag, den 18. Oktober, ist es jetzt erhältlich. Es wird sowohl als E-Book geben, als auch als Taschenbuch. Und ich muss auch hier wieder sagen, die Cover von Jackie liebe ich abgöttisch. Ich finde das so, so gelungen. Und wenn man, wie ich, so ein bisschen den Prozess des Covers mitbekommen hat, da finde ich das jetzt hier wirklich absolut gelungen. Es ist richtig, richtig schön. Und ja, es schreit förmlich New York City und es schreit Dance With Me. Und ich finde, ein besseres hätte sich gar nicht irgendwie gefunden. Es ist der zweite Teil der New York Stories. Es wird auch noch einen dritten Teil geben. Und er behandelt ja im Grunde ein Haus in New York City und ja, im Grunde drei Geschwister. Im ersten Teil haben wir einen Bruder kennengelernt. Jetzt kommt Ben dazu. Und mal sehen, wer dann im dritten Teil die Hauptrolle spielen wird. Und man kann die Bücher eigentlich schon getrennt voneinander lesen. Dadurch, dass eben die Geschichte in sich schon abgeschlossen ist. Aber man trifft natürlich immer Charaktere aus dem anderen Band wieder und baut da natürlich irgendwie so ein bisschen auf. Aber ich finde, man kann den zweiten Band auch unabhängig lesen. Insofern euch Home Sweet Home, was ja irgendwo hinter mir steht, hier oben, ich weiß gar nicht, ob ihr es seht, nicht lesen wollt, warum auch immer. Auch das war ein ganz, ganz tolles Buch. Der kann natürlich jetzt auch zu Dance With Me greifen. Ja, wir befinden uns, wie man unschwer am Titel der Reihe erkennen kann, in New York City. Und wir haben im ersten Teil ja bereits das Haus von Nettie kennengelernt. Ein spezielles Haus mitten in New York City, was einen speziellen Mietvertrag hat. Und ja, das erfahren wir sowohl im ersten wie natürlich auch im zweiten Teil. Wir begleiten bei Dance With Me Ben. Der ist der Enkel von Nettie und hat ein Problem mit seiner Firma. Es ist ein Frauenmagazin, ein klassisches Modemagazin. Und das steht so ein bisschen vor dem Abgrund. Und ja, das verdankt ja irgendwie so seinen Vater, der ihm das vererbt hat. Und er selbst ist aber eigentlich gar nicht so modeaffin. Und eigentlich, ja, ist er lieber ein Zahlenmensch. Und ein bisschen, ja, ist das nicht so richtig sein Fall. Er trifft vor dem Haus seiner Großmutter Rachel, die ihm dabei hilft, eine Katze aus dem Baum zu fangen, die sich da scheinbar verirrt hat. Und man merkt recht schnell, zwischen den beiden, da entsteht so ein bisschen was. Es knistert. Und ja, als er Rachel dann näher kennenlernt, hat er so das Gefühl, ja, die Frau hat alles. Sie hat eine Karriere am Broadway. Sie hat eine tolle Wohnung in diesem Haus. Und dort lebt sie eben mit Freunden, die für sie eine Art Familie sind. Doch es steckt natürlich ein bisschen mehr hinter ihrem schönen Gesicht und hinter ihrer scheinbar heilen Welt. Und ja, Ben scheint das dann doch so ein bisschen zu erkennen. Bevor er das Haus von Nettie verkaufen kann, muss er allerdings selbst einen Monat in eine freie Wohnung in diesem Haus ziehen. Denn, ja, er soll selbst mal erleben, wie das mit dem etwas merkwürdigen Mietvertrag so ist. Und ja, er lernt natürlich nicht nur Rachel näher kennen, sondern natürlich lernen wir auch Ben besser kennen, seine Familie, die Geheimnisse drumherum. Wir lernen mehr über Nettie, die Großmutter und sind natürlich in New York City. Und das ist schon das absolut Positive, was ich immer wieder bei Jackie und ihren New York Geschichten finde, dass man immer das Gefühl hat, man ist vor Ort. Man riecht es, man fühlt es, man sieht es, man hat es vor Augen. Es ist sehr bildhaft und lebendig und meine Katze macht gerade Haare in meinen Latte Macchiato. Entschuldigung, ich muss die Tasse kurz überretten. Und das ist wirklich was, was ich immer wieder schön finde. Also bereits nach fünf Seiten hat man das Gefühl, man steht mitten in New York City und es ist einfach atmosphärisch, es ist lebendig, es ist modern und es ist ganz, ganz toll. Das Haus mit dem etwas merkwürdigen Mietvertrag, das hat mir schon unglaublich gut im ersten Teil gefallen und ich fand es schön, dass Jackie es im zweiten Teil auch wieder aufgegriffen hat, dass wir hier noch ein bisschen mehr Details erfahren, natürlich auch zum Haus ein bisschen mehr erfahren, andere Mieter kennenlernen und natürlich auch sehr schön ist, dass wir Charaktere, die wir im Band 1 schon kennengelernt haben, jetzt wieder treffen. Das macht natürlich richtig viel Spaß. Man zieht jetzt Bezüge zueinander, man trifft auch Charaktere aus anderen Büchern von Jackie. Das finde ich einfach immer wieder großartig. Zur Liebesgeschichte möchte ich sagen, dass Jackie ja immer jemand ist, der meinen Nerv komplett trifft, was Liebesgeschichte angeht. Es ist die perfekte Form an Kitsch, es ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Es hat den ein oder anderen Schwermoment, es ist emotional, so wie ich es liebe und mir machen die Geschichten immer unglaublichen Spaß. Und das sage ich nicht, weil ich natürlich Testleser bei dem Buch auch wieder sein durfte, was mich echt mega gefreut hat, dass Jackie da ja doch ein paar Wert auf meine Meinung legt, ein bisschen Wert oder wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Es gefällt mir immer unglaublich, so ein Teil dieses Prozesses mit zu sein und auch zu sehen, wie zwei, drei kleine Veränderungen doch etwas Großes in die Geschichte bringen. Und das beobachte ich immer unglaublich gerne. Und auch diese Geschichte war natürlich schon vom Grund her gestanden, war fast perfekt. Und ich glaube, mit den Anmerkungen der Testleser ist es jetzt wieder der perfekte Liebesroman von der lieben Jackie geworden. Die Liebesgeschichten bei ihr sind immer sehr leicht, sie sind eine Art fluffig, sie sind sehr angenehm und sie haben eben auch nicht zu viel Kitsch, was ich immer sehr wichtig finde, weil ich bin ja bei zu viel Kitsch gefühlt eigentlich raus beziehungsweise muss ich für Kitsch auch in Stimmung sein. Ich finde, sie hat die richtige Mischung, sie hat erwachsene Charaktere und das ist eben emotional und die Charaktere wirken so toll miteinander. Sie sind tiefgründig, sie haben eine Geschichte und man hat einfach wirklich das Gefühl, man ist Teil dieses Hauses und ja, wohnt in New York City und ja, lässt sich da im Grunde begeistern. Eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte. Auf jeden Fall wieder ein Highlight in diesem Genre. Nicht nur, weil es Jackie geschrieben hat, nicht nur, weil ich es Test gelesen habe, sondern weil die Geschichte wirklich richtig, richtig schön ist und es mir wirklich unglaublichen Spaß gemacht hat, diese Geschichte zu entdecken und ja, darin im Grunde auch mit aufzugehen und das finde ich einfach ganz, ganz toll. Also, großes Bücherkino, wer Liebesromane gerne liest, wer gerne nach New York City möchte, der ist hier absolut richtig. Die weite Welt ruft uns. Das erste echte Buch sozusagen dieser Woche ist dann mit 80 Viechern um die Welt von Markus Huth. Wir lernen Markus Huth kennen. Er reist gerne und möchte sein Reiseabenteuer, seine innere Abenteurer-Uhr möchte er mit sinnvoller Tätigkeit ergänzen und so wird er über verschiedene Internetseiten Haus- und Tierzitter auf der ganzen Welt und ja, wir erleben ihn sozusagen auf diesen Reisen mit seinen Aufgaben ein bisschen an Orten mit unterwegs und ja, dürfen so ein bisschen erfahren, wie es ihm so geht. Wir sind unterwegs auf La Gomera in Bulgarien, Kirgizistan, Kirgizistan, in Kanada, wir sind auf Sri Lanka, Australien und irgendwo waren wir noch in Afrika. Ich glaube, es war in Namibia und es gibt zu seiner Person gar nicht so viel zu erzählen, sondern wirklich nur das, was er auf den Reisen auch im Grunde uns erzählt. Sprachlich ist es sehr einfach gehalten, ist sehr flüssig, es ist wenig spannungsvoll, aber man erlebt natürlich mit ihm seine Tätigkeiten, seine Reisen, man erlebt die Orte und man ist da im Grunde schon mit dabei. Es hat schon so eine Art Tagebuchcharakter, was ich wiederum ganz schön fand. Ich hätte mir so ein bisschen was Besonderes gewünscht, das muss ich ganz klar sagen. Dazu lese ich wahrscheinlich auch schon so viele Reisebücher, dass ich mir schon denke, ja, so ein bisschen mehr oder irgendwas Besonderes wäre ganz schön gewesen. Was ich sehr gelungen fand, war die Ortsbeschreibungen, die Länder, in denen wir waren, dass er auch auf Dinge eingegangen ist, die in diesen Ländern wichtig sind, die man wissen sollte, die man so ein bisschen mitbringen soll, wenn man in dieses Land reist. Das hat er für mich sehr gut gemacht. Auch was ihn an den Ländern gereizt hat, was er besonders schön findet, warum er gerne dort ist, warum er dorthin reisen wollte, das hat er richtig, richtig gut rübergebracht. Was mir ein bisschen kurz kam, waren tatsächlich die Tiere. Er versucht auch sehr viel Wissenswertes über Tiere, die es vor Ort halt nur gibt, zu erzählen. Und das wirkt manchmal ein bisschen wie auswendig gelernt oder ja, hat er sich irgendwo angelesen und ja, ich hätte mir da mehr Erfahrungen gewünscht, mehr eigene Gedanken, mehr Ideen dazu. Ich mochte seinen Humor sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Er hat natürlich nicht nur Witzgeschichten oder lustige Erlebnisse, sondern auch sehr ernste Themen, die mir aber wiederum dann auch ein bisschen zu kurz angerissen waren. Ich fand es nicht so richtig ausgleichend. Und was mich sehr tatsächlich gestört hat, ist, dass wenn halt über Tierqualen gesprochen wurde, zum Beispiel ganz im Besonderen über die Elefanten auf Sri Lanka und auch über die Schafe in Australien, da hatte ich so das Gefühl, dass der Autor nicht darüber nachdenken wollte beziehungsweise es so anreißt und dann aber eigentlich gar nicht tiefer gehen wollte, weil er da wahrscheinlich das Fasten nicht aufmachen wollte. So war zumindest mein Gefühl und das fand ich tatsächlich sehr, sehr schade, weil das sind Themen, die durchaus sehr ernst sind, die man vielen Menschen wahrscheinlich auch erst mal noch klar machen muss, weil ich glaube, bei Schafe, Wolle und Australien, da wird es jetzt bei vielen Menschen gar nicht so klingeln, selbst die, die sich mit Tierschutz beschäftigen. Aber das ist was, wo ich mir mehr Ernsthaftigkeit gewünscht hätte. Alles in allem, es ist ein schönes Buch. Es ist für mich jetzt aber unter den Reisebüchern, die ich in den letzten zwei Jahren gelesen habe, kein Highlight. Auch zu den Tiergeschichten, die ich gelesen habe, kam es nicht so richtig ran, weil er mir eben doch zu oft im Vordergrund steht und nicht seine Tätigkeit oder das Land oder ja, auch die Tiere. Und ja, es war humorvoll, es hat mich unterhalten, gar keine Frage, aber ich habe mich eben an mancher Stelle tatsächlich so ein bisschen geärgert, dass er es nicht ernst genug für meinen Geschmack genommen hat. Aber ja, kann man lesen, muss man aber nicht. Zum nächsten Buch möchte ich eigentlich am besten gar nicht so viel erzählen, denn ich habe es nach ca. 150 von 400 Seiten abgebrochen. Also ich habe ein bisschen mehr als ein Drittel gelesen. Und zwar ist es die kleine Patisserie in Paris von Julie Kaplan. Beziehungsweise ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört. Es ist der dritte Teil der Romantic Escapes-Reihe. Im Original, habe ich gesehen, gibt es fünf Bände. Im Deutschen sind aber aktuell nur drei übersetzt. Sprecherin ist Hannah Baus, die mir, glaube ich, nichts sagt. Ich glaube, auch die anderen Bände wurden von jemand anderem gesprochen. Ja, Name hat mir nicht so viel gesagt. Das Buch kam schon ein bisschen länger raus. Ich glaube, im Mai oder Juni. Das Hörbuch selbst, glaube ich, dann erst Ende August. Und da habe ich doch recht sehnsüchtig darauf gewartet. Ich fand den ersten Teil in Kopenhagen großartig. Der zweite Teil in Brooklyn war wirklich sehr gut. Aber beim dritten Teil fand ich schon ein bisschen... Ja, wir begleiten Nina, die eine Zwangspause im Job einlegen muss und nach Paris reist. Dort kommt sie bei Sebastian unter. Das ist der beste Freund ihres Bruders, den sie früher, als sie jung war, für den hat sie schon geschwärmt, in den war sie verliebt. Und irgendwie merkt sie halt jetzt doch, das tut sie heute auch noch. Und seine große Leidenschaft ist das Backen und Kochen. Und ja, daneben, neben dieser Leidenschaft, ist er aber doch sehr arrogant und auch jammerig unterwegs. Das fand ich wirklich schrecklich. Nina möchte aus der kleinen, urigen Patisserie um die Ecke ein modernes Bistro machen. Sebastian wehrt sich aber so ein bisschen dagegen. Und ja, wir begleiten sie gefühlt so ein bisschen auf ihren Weg dahin, ob sie das schafft oder nicht. Viel mehr gibt es gefühlt zu den 150 Seiten auch nicht zu erzählen. Es ist relativ früh klar, was da passieren wird, warum es passieren wird, wie es passieren wird. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist diese romantische Flucht, wie ja die Reihe eigentlich dann im Deutschen heißt. Denn bei Band 1 und 2 hatten die Frauen durchaus irgendwie einen Grund, um zu flüchten, in Anführungszeichen. Und ja, das hat mir hier irgendwie gefehlt. Die Sprecherin fand ich ganz gut. Sie war modern, hat sehr flüssig erzählt. Also da kann ich mich überhaupt nicht irgendwie beschweren. Sprachlich war auch das Buch wieder modern und flüssig geschrieben. Man hatte an manchen Momenten durchaus dieses Wohlfühl-Charakter gespürt, den die anderen Bände für mich hatten. Aber es waren einfach zu wenig wohlige Momente. Ich fand es, das erste Viertel, unglaublich langweilig. Es wollte keine Spannung aufkommen. Es kam kein Paris irgendwie für mich auf. Es war irgendwie, ja, die Charaktere tümpelten sie vor sich hin. Ich weiß nicht. Ich konnte Paris nicht fühlen. Ich war nicht vor Ort. Ich habe gerade, wenn man es dann zum Beispiel mit dem New York-Buch von Jackie vergleicht, das war, ja, also da liegen wirklich Welten dazwischen. Also es war leider nicht meins. Es war wirklich langweilig. Und irgendwann dachte ich, ach, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr zu hören. Und dann habe ich auch mal zwei Tage nicht zum Hörbuch gegriffen. Und das ist für mich eigentlich dann schon immer ein Zeichen, ja, dass mir da irgendwas nicht gefällt, dass mir da irgendwas nicht gefallen hat, dass ich nicht so richtig drin bin. Und ja, dann habe ich es auch irgendwie sein gelassen. Und ja, es ist schade, aber der Vorteil natürlich bei Audible ist zum Beispiel, dass man natürlich auch Bücher, die einem nicht gefallen, auch einfach umtauschen kann. Das finde ich sehr praktisch. Und ich habe da, mich hat da mal jemand gefragt, ob ich da ein schlechtes Gewissen habe. Nein, denn ich habe das Buch ja auch nicht zu Ende gehört. Selbst dann fände ich es nicht schlimm. Aber man kann durchaus ja erkennen, wie weit ich gehört habe. Und von daher denke ich mir, okay, ja, ein Buch kann man natürlich nicht zurückgeben, wenn es einem nicht gefällt. Wobei ich es dann natürlich wiederum weiter verkaufen könnte. Aber ich finde das bei Audible wirklich praktisch und habe es hier auch genutzt und finde es auch persönlich überhaupt nicht schlimm. Band 1 war großartig, Band 2 okay oder sehr gut. Und Band 3, mehr möchte ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Von einem Paris-Buch, das ich abgebrochen habe, zum einem Paris-Buch, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar ein Buch von Nicolas Barraud. Paris ist immer eine gute Idee. Wieder ein wunderschönes Cover. Und ich finde die von Nicolas Barraud immer sehr, sehr gelungen und auch sehr, sehr schön. Ich habe das Buch zusammen mit der lieben Sarah gelesen. Ihren Kanal packe ich unten in die Infobox. Schaut bei ihr gerne mal vorbei. Es war unser erstes gemeinsam gelesenes Buch. Und wir hatten einfach gemeinsam Lust auf Barraud. Zudem war es bei mir auf dem Sub gelegen. Und ich kann, glaube ich, schon so viel verraten. Es wird nicht unser letzter Barraud gewesen sein. Ich habe schon einige Bücher von ihm gelesen und ich war immer sehr angetan davon. Ich mag es wie er oder wie sie. Also hinter Nicolas Barraud steckt ja eine deutsche Verlagsmitarbeiterin, glaube ich, war es mal. Und ja, ich glaube, so war die Story. Und ich finde den Stil sehr gelungen. Denn er macht mir immer sehr viel Spaß. Und man hat halt tatsächlich immer irgendwie ein Paris-Feeling. Wir begleiten in dem Buch Rosalie, die einen kleinen Papierladen hat und auch individuelle Postkarten anfertigt. Und sie liebt die Farbe Blau. Und das ist wirklich eine Obsession, die ich wunderschön fand und die mir wirklich die Farbe Blau unglaublich nahe gebracht hat. Sie darf für einen bekannten Kinderbuchautor Max ein Buch illustrieren. Und dabei geht es um den kleinen blauen Tiger. Kleiner Funfact. Dieses Buch gibt es tatsächlich auch zu kaufen. Nach dem Erscheinen des Buches liegt es in ihrem Laden aus und dann taucht auf einmal der Amerikaner Robert auf. Und der behauptet, die Geschichte von seiner Mutter zu kennen und ist total im Grunde genervt davon, dass hier scheinbar Leute seine Geschichte geklaut haben beziehungsweise die Geschichte seiner Mutter. Dass er immer dachte, die ist für ihn und irgendwie gibt es da wohl eine Verbindung von seiner Mutter nach Paris. Und der Einzige, der das aber ein bisschen auflösen kann, ist natürlich Max. Zusammen mit Rosalie versucht man jetzt also das Rätsel zu lösen. Und dieses Rätsel liegt irgendwie im Verborgenen von Paris. Einige Dinge, die ich an diesem Buch richtig, richtig schön fand. Also ich habe es vorhin schon gesagt, die Liebe zu Blau. Es ist wie bei allem beim Nicolas Barot. Ich finde, wenn er etwas bildhaft beschreibt, wenn er etwas liebt, etwas mit Leidenschaft rüberbringen will, dann macht er das. Und es ist dann an mancher Stelle natürlich schon kitschig oder auch mal eine Spur drüber. Aber ich finde es wunderwunderschön. Denn Barot schafft es nicht nur, dass man Paris vor Augen hat, sondern man spürt es, man riecht es, man hat die Leichtigkeit vor Augen, die Moderne. Die Romantik ist unglaublich gut rübergebracht und man flirtet so ein bisschen irgendwie mit dieser Stadt. Fand ich richtig, richtig schön. Sprachlich ist es sehr leicht, es ist flüssig und dennoch ist es sehr intensiv, emotional und sie ist eben auch bildhaft. Ganz, ganz großes Kino. Die Romantik ist in der Geschichte vorhanden. Sie ist ganz langsam, sie ist sehr leicht, es knistert und das macht es richtig, richtig schön. Und das ist in dieser Liebesgeschichte eben nie so, dass man irgendwie denkt, dass das trieft irgendwie vor Kitsch oder das trieft vor merkwürdigen romantischen Anwandlungen oder Leidenschaften oder irgendwas. Nein, es ist wirklich eine ganz zarte Bindung, die ich richtig, richtig toll fand. Es wird nicht mein letzter Barot sein. Sarah und ich haben schon drüber gesprochen, ja, welche uns sozusagen ein bisschen fehlen und wir haben uns vorgenommen, jetzt immer mal wieder gemeinsam ein Barot zu lesen. Ich kann so viel beraten, dass ich mir zwei oder drei Barots jetzt direkt bei Rebuy bestellt habe. Das heißt, es kann jederzeit mit einem Barot weitergehen. Für mich sind diese Geschichten wirklich immer sehr leidenschaftlich, sehr herzlich, sehr romantisch und mir machen die wirklich Spaß. Es ist immer so ein Ankommen in Paris, ein Leben eines anderen irgendwie kennenlernen und wirklich emotional so ein bisschen mitgehen. Es ist für mich nicht direkt so ein komplettes Highlight. Ich finde, dafür fehlt vielleicht so ein bisschen Tiefgründigkeit, dass man so wirklich, ja, vielleicht auch nicht nur, in Anführungszeichen, zwei, drei Charaktere hat, sondern ein bisschen, ja, intensiver vielleicht tatsächlich noch geht. Aber es sind wunderschöne Geschichten, nicht nur Liebesgeschichten, sondern eben auch Lebensgeschichten. Und allein, dass es nach diesem Buch dann noch den kleinen blauen Tiger als Buch gab, also das ist ja wirklich großartig. Kann ich absolut empfehlen. Barot, finde ich, geht immer. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Bücher, die wir gemeinsam entdecken. Und das letzte Buch der Woche ist dann Strange the Dreamer, der erste Teil der, ja, Strange the Dreamer-Reihe, keine Ahnung, von Laini Taylor mit dem deutschen Untertitel Der Junge, der träumt. Ich habe von der Autorin damals Daughter of Smoke and Bone gelesen und ich fand den ersten Teil großartig, den zweiten Teil gut und ich glaube, den dritten habe ich dann nicht beendet. Ich weiß nicht, ich kann mich da nur sehr vage dran erinnern, Was mir da vielleicht nicht gefallen hat, müsste ich tatsächlich in der Bücherwoche nachlesen. Im Englischen ist es ein kompletter Band. Im Deutschen hat man diesen aufgeteilt. Und der zweite Teil erscheint dann, glaube ich, Ende November und hat den Untertitel Ein Traum von Liebe. Das englische E-Book, habe ich gesehen, gibt es aktuell für 99 Cent, also für alle, die gerne auf Englisch lesen. Ja, das wäre vielleicht tatsächlich eine Alternative, um gleich beide Bände hintereinander zu lesen. Für mich stellt sich in solchen Dingen immer die Frage, warum wurde das getrennt? Ich fand das schon bei dem letzten Teil von Kuss der Lüge nicht wirklich gelungen und bei noch irgendeinem Buch hat man im Deutschen das Trennen angefangen, was ich auch tatsächlich nicht so richtig verstehe. Bei Filmen macht es vielleicht noch irgendwie Sinn, gerade wenn man an Harry Potter denkt oder auch an Panem. Da finde ich überhaupt nichts verwerflich, wenn man das als Filmschreiber, als Drehbuchschreiber irgendwie berücksichtigt, dass da so der Spannungsbogen einfach korrekt ist. Bei diesem Buch, und das ist tatsächlich mein großer Kritikpunkt, merkt man eben, dass man einfach gefühlt irgendwo in der Mitte eine Pause gemacht hat und man irgendwie merkt, dass die Geschichte eigentlich gerade Fahrt aufnimmt und dann ist aber die Mitte so erreicht und dann ist die Geschichte zu Ende. Und das ist was, was ich unglaublich schade finde, weil da verliert die Geschichte so ein bisschen ihren Reiz und ihre Art des Erzählens. Weil Laini Taylor hat sich natürlich was dabei gedacht, als sie dieses Buch geschrieben hat und hat sich auch ja im Grunde die Erzählkurve was dabei gedacht und dass man das im Deutschen einfach so trennt, ist für mich einfach immer ein Rätsel. Und ja, vielleicht sollte man dann warten, bis der zweite Teil da ist, dass man das in einem Rutsch lesen kann, aber ich war dann doch ein bisschen ungeduldig. Wir treffen in der Geschichte auf Laszlo Strange, einen weißen Kind, der bei München aufwächst und der hat es dort überhaupt nicht einfach. Es ist kein schönes Leben, es ist kein liebevolles Leben und es ist kein Leben, also was man sich eigentlich niemandem wünscht. Doch er erinnert sich an eine Stadt und erinnert sich an Menschen und er träumt auch von diesen und ist davon überzeugt, dass sich der Traum den Menschen aussucht und nicht umgedreht. Diese Stadt, Weep genannt, ist ja im Grunde jetzt irgendwie sein Lebensziel, denn er träumt sehr wieder von ihr und sie taucht eben auch immer wieder in seinen Träumen und Gedanken auf. Gemeinsam mit seinen Freunden, speziellen Begleitern, hat er jetzt die Möglichkeit, diese Stadt zu besuchen und macht sich mit diesen auf den Weg. Alle Freunde haben besondere Gaben und das macht die Geschichte und die Charaktere, die wir eben kennenlernen, auch sehr abwechslungsreich. Ja, man merkt im Buch einfach wirklich an, dass es gefühlt mittendrin an einer willkürlichen Stelle ändert und das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Die Hälfte des Buches sozusagen, also was jetzt das Buch angeht, hat man schon den Eindruck, dass man in die Welt erstmal hineingebracht wird. Sie wird erzählt, wie die Welt aussieht, wie die Welt gedreht ist, wie was in der Welt passiert ist, was es mit dieser Stadt auf sich hat. Wir lernen die Charaktere kennen und die lernen wir wirklich sehr tiefgründig kennen und es ist unglaublich faszinierend, wie viele unterschiedliche Charaktere Leni Taylor geschaffen hat, denn keiner gleicht dem anderen und alle sind sehr speziell und sehr einzigartig und es macht einfach Spaß, wie die miteinander untereinander ja im Grunde kommunizieren, wie die miteinander umgehen und mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch diese ganze Welt, es ist eine bildhafte Erzählung, sie ist fantasievoll, sie strotzt vor Ideen und Innovationen und es macht unglaublichen Spaß, diese Welt zu entdecken. Es ist eine richtig, richtig schöne Geschichte, wirklich auch anhand dieser Atmosphäre, dieser schönen Beschreibungen der Städte, der Umgebung, dass man richtig Lust hat, da eigentlich auch direkt mal mit hinzugehen. Es ist wirklich bildgewaltig, es ist fantasievoll und ich fand es tatsächlich auch sehr, sehr spannend, diese Kinder kennenzulernen, diese Orte kennenzulernen, dieses Träumen zu verstehen und ich freue mich sehr auf Band 2, denn es ist wirklich ein sehr gemeines Ende im Band 1 und man fragt sich wirklich, wer war hier so masochistisch hier drin, im Grunde den Stoppknopf sozusagen zu drücken und das ist halt echt was, was ich einfach den deutschen Verlag auch vorwerfen möchte, was das eigentlich soll, ob man denn wirklich deutschen Jugendlichen nicht zutraut, dass die vielleicht ein Buch mit 700 Seiten oder 750 Seiten lesen. Also es ist halt sehr, sehr schade, aber manchmal kann man es nicht ändern. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, diese ganze Idee ums Träumen, um diese Stadt, um diese Geheimnisse, um diese Reise, das ist einfach was, was ich sehr gerne in der High Fantasy lese und auch in diesem Fall hat mir Laini Taylors Stil sehr gut gefallen. Er hat eben, wie gesagt, so gegen Ende ein bisschen geschwächelt, was aber wahrscheinlich einfach daran lag, dass jetzt wahrscheinlich dann mit Beginn des zweiten Teils etwas passiert und das ist halt dann immer so, ja, es passt dramaturgisch, so sagt man das so, halt irgendwie nicht, dass man einfach ein Buch mittendrin irgendwie trennt und das merkt man leider im Deutschen einfach. Aber ich kann es absolut empfehlen und die sagt, wer Lust hat, da mal was in Englisch zu lesen, der sollte bei 99 Cent auf jeden Fall zugreifen. Ja, eine Woche, die bis auf eine Ausnahme sehr gelungen war, sehr viel Lesespaß gebracht hat und ja, das Hörbuch war es nicht so richtig, aber das kann eben durch das auch mal passieren. Jetzt wisst ihr schon, welches Hörbuch auf jeden Fall nicht der Hörgenuss des Monats sein wird. Das ist, ja, wir werden dann nicht nochmal gemeinsam nach Paris reisen, aber gut. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich habe in dieser Woche auch eine Serie entdeckt und tatsächlich eher durch Zufall, weil ich auf Sky so ein bisschen rumgezappt bin beziehungsweise mir so die Boxen angesehen habe, die Serienboxen. Und ich bin auf ein Seriencover gestoßen, ich blende es euch mal ein und zwar Miracle Walkers und man sieht da drauf Daniel Radcliffe alias Harry Potter und Steve Buschkemi, 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 wie ihr ihn aussprechen wollt. Und ja, ich habe die entdeckt. Das ist eine Miniserie, ich glaube mit sieben oder acht Folgen, circa 20 Minuten, also auch relativ schnell weggesuchtet, wenn man so möchte. Und wir sind ja hier im Himmel und ja, Steve Buschkemi spielt Gott und Gott hat eben die Erde erschaffen und wir treffen dort auf Engel, unter anderem eben auch den Wünscheerfüller, Daniel Radcliffe und also der den spielt und wir treffen auf einen auf einen neuen Engel, die jetzt zur Unterstützung bei ihm anfängt und die soll eben ja auch Wünsche erfüllen. Allerdings geht das nicht einfach so schnippen, sondern Wünsche werden ganz speziell erfüllt und das ist richtig schön erzählt. Zudem hat Gott einfach keinen Bock mehr auf diese Erde. Er denkt sich, die Menschen machen irgendwie nur Unfug und wissen eh nicht zu schätzen, was er ihnen gegeben hat und da muss ich tatsächlich sagen, ich konnte Gott ganz gut verstehen. Und wir treffen in dieser Serie auf einen sehr verrückten Gott, der ja also schon ganz schön abgedreht ist, das muss man ganz klar sagen. Man muss das mögen, das sage ich schon mal im Vorrast. Also man muss es mögen, dass Gott ein bisschen auf die Schippe genommen wird und man darf es nicht zu ernst nehmen. Das muss ich ganz klar sagen. Es ist wahrscheinlich nicht jedermanns Humor. Mein hat es voll getroffen. Ich habe so viel gelacht und Gott hat dann eben einfach keinen Bock mehr auf die Menschen und sagt, er stürzt jetzt die Erde ein, unsere Welt ein und er vernichtet diese. Außer die beiden Engel schaffen es, eben einen unmöglichen Wunsch irgendwie zu erfüllen und dieser Wunsch besteht darin, zwei Menschen, von denen man ausgeht, dass sie es nicht schaffen, irgendwie zusammenzubringen. Und es gibt natürlich einen freien Willen bei uns Menschen, das heißt, so einfach ist das nicht, aber die beiden Engel machen sich dran und es ist großartig. Es ist ein ganz spezieller Humor. Er ist sehr trocken, er ist sehr schwarz, er ist, ich fand ihn unglaublich lustig, wie Gott dargestellt wurde, wie rachsüchtig er manchmal gezeigt wurde. Ich meine, so laut der Bibel, ja, war er das ja durchaus auch immer mal in der Vergangenheit, wie er über die Erde denkt, wie verschiedene Nebencharaktere darüber denken, die ich einfach nur großartig fand. Wir treffen auf Erzengel, auf Assistentinnen, die irgendwie total genervt sind und es ist großartig. Es ist super lustig, ich habe wirklich noch selten so viel gelacht, wie in diesen, ja, keine Ahnung, rechnet sieben mal 20 Minuten, ja, knapp zwei, zweieinhalb Stunden. Ich habe so viel gelacht, ich hatte so viel Spaß, ich fand die Rollen toll besetzt, ich fand Daniel Radcliffe großartig, Steve Buscemi grandios, ich mochte den Erzengel, wirklich ganz, ganz toll, zudem diese beiden Charaktere, die eben dieses Paar irgendwie spielt, ich fand das einfach nur Hammer, ich war total geflasht, ich war hin und weg und bin es immer noch und fand es einfach der Wahnsinn. Allein die Ideen, die da drin stecken, diese Liebe zum Detail und es ist einfach der Hammer. Also ich kann diese Serie absolut empfehlen, bei den humorvollen Serien, für mich definitiv ein Highlight, die mir wirklich ganz viel Spaß gebracht hat und ich frage mich, warum diese Serie keiner kennt, weil sie einfach großartig ist. Auf Sky war sie jetzt zumindest noch zu sehen, also wer da vielleicht Sky Ticket hat, der guckt da einfach mal gerne rein, ich hatte wirklich großen, großen Spaß damit und fand es wirklich, ja, Hammer. Und das war es jetzt auch schon von mir zu den aktuellen Büchern der Woche und natürlich auch zu dem Serientipp und ich bin natürlich gespannt, was ihr so gelesen habt. Habt ihr eine Serie, die ihr empfehlen könnt? Alle Buchinfos findet ihr wie immer unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was euch gerade gut unterhalten hat. Würde ich mich sehr, sehr über den Austausch freuen und denkt am 9. November dran, dass es da ein bayerisches Booktuber-Treffen gibt. Würde ich mich auch freuen, den ein oder anderen zu sehen. Und nun danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.